Wir fangen einfach an, aber Vorsicht mit dem Van, okay? Er ist mir sehr wichtig. Wir fangen einfach an. Wir fangen einfach an. Wir fangen einfach an. Du schaffst es von A nach B. Wenn die nächste Lieferung anfällt, melde ich mich. Wir fangen einfach an. Aber Vorsicht mit dem Van, okay? Er ist mir sehr wichtig. Wir fangen einfach an. 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 Aber Vorsicht mit dem Van, okay? Er ist mir sehr wichtig. Wir fangen einfach an. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nicht schlecht. Du hast den ersten Test bestanden. Du schaffst es von A nach B. Wenn die nächste Lieferung anfällt, melde ich mich. Du schaffst es von A nach B. Wenn die nächste Lieferung anfällt, melde ich mich. Du schaffst es von A nach B. Wenn die nächste Lieferung anfällt, melde ich mich. Hallo nochmal. Ich hab dir doch von diesen Sonderanweisungen erzählt. Weißt du noch? Naja, hier haben wir ein paar dieser besonderen Anweisungen. Hör zu. Gut belüftet transportieren. Extrem vorsichtig handen. Ich prüfe mal unsere Vorschriften zu lebenden Tieren. Sei einfach behutsam, ja? Hallo? Ja, hier ist Billy vom Express-Lieferservice. Dein Paket. Klar, wir werden uns gut darum kümmern, aber... Sind keine echten Enten drin, oder? Woher hast du denn eine Kiste voller Enten? five, A nach Bauer sind? Untertitelung des ZDF für funk, 2017